Servus, einen guten Morgen miteinander. Herzlich Willkommen beim Serdar im Alsters Team Germany. Jetzt haben wir gerade 10.45 Uhr und beginnt der Zirkelkurs hier. Ich nehme jetzt mal mit auf einem Tag mit Serdar. Und was der so an einem Tag erlebt, das müsst ihr mal gesehen haben. Es ist wirklich krass, dass dieser Mann noch einen Gedanken fassen kann, das Bild. Ich zeige euch jetzt einfach mal hier die Bar. Gucken wir mal, hat er nicht bemerkt. Hey, was geht? Warte mal, was soll ich das tun? Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was geht? Alles gut? Meine Füße sind noch angeschwollen. Echt? Ja. Was hast du so getrieben? Morgen sind wir so. Ach so. Unbeweglich echt. Ja, ich verstehe. Das sind die Leiden eines jungen Kampfbordlers. Montagvormittag, gleich 11 Uhr. Ich war heute zu Zirkelauf für die Jungs, die vormittags trainieren wollen. Heute ist der Maximalkraft angesagt. Das ist der Maximalkraft. Genau. Den Baummatch gibt's auch. Und wäsch mal in alle. Jetzt train' ich die Füße. Der Maximalkraft. Was ist mit der Scheibe passiert? Da haben die Jungs Zögel gemacht, aber richtig intelligent. Jetzt 4 Meter Wand, der baut hier eine Übung auf, dass die nachher dann genau hier hinwerfen Ball. Ja, Ball. Genau hier. Anstatt 4 Meter zu nutzen, nehme ich lieber einen Meter und gehe ein Risiko ein, dass die Scheibe kaputt geht. Und beim zweiten Versuch mache ich die Scheibe kaputt. 3 Stunden später fährt dieser Vollidiot da. Und dann mal ein Schild da draußen krumm ab. Oh, stimmt. Aber mittlerweile reken ich gar nicht mehr drüber auf. Ja, schon. Ja, das stand auch mal anders. Das ist auch ein bisschen schief. Jawoll. Servus. Was ging heute so? Gut, circa. Tote Power. Sieht aber auch richtig kaputt aus, Alter. Bin ich auch. Bin ich auch. Richtig ausgebaut. Ja, lohnt es. Ich spüre am Morgen das Beste. Geil. Fokus war? Coach, was war der Fokus? Kraft auf jeden Fall. Kraft. Übungen langsam machen. Aber kontinuierlich durch. Acht Übungen, zwei Runden. Super. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Danke. Ich habe immer noch keinen Kaffee getrunken. Soll ich dir einen machen? Ja, bitte. Mach mal einen. Was willst du für einen? Doppelnessplasse. Doppelnessplasse. Zucker, Milch? Äh, Zucker. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Coach? Ja? Oh. Sehr gut. Genieße. Zwischen dem Löffel? Äh, zum Umwählen. Weiß nicht machen können. Achso. Ja, genau. Sehr gut. So, schön. Ja. Komm. 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 Immer Boxen ab. Wenn hier einer kommt, okay. Aber wenn das Ding hier oben ist und der Erste kommt und du bist schon so. Dann kann der einfach nur weiterschlagen und dann ist schon vorbei, ne? Immer bessere Auslage. Komm. Komm. Okay, komm. Geh runter. Auch wenn er angreift. Runter. Noch 10 Sekunden. Wie geht's dir? Gut, super. Ja, ich fühle mich hier sehr wohl. Es hat Spaß gemacht. Gutes Team. Geil. Okay, wie lange habt ihr gemacht? Ich fühle mich sehr gut. Sehr ausgeglichen. Ausgepowert vor allem. Es ist ja eine leichte Sparringseinheit. Ein bisschen ab und zu mal gefetzt, aber es geht immer fair zu. Seit Oktober bin ich hier. Seit Oktober bin ich hier. Ich hatte vor woanders, in einem anderen Studio. Und bin jetzt seit Oktober hier. So haben wir mal ein Probetraining gemacht. Ich fühle mich hier sehr wohl. Geil. Und bin glücklich, dass ich hier bin. Sehr nice. Alles klar. Hammer, danke dir. Geil. Okay, jetzt geht's mal. 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 Es gibt ein Gefühl, das heißt Angst, wenn man an den Briefkasten läuft. Das kennen wir alle, ja? Alter, da bist du nicht. Naja, ess erstmal in Ruhe. Das ganze Internet ist voll verbrockt. Stimmt, du warst doch auch da. 60.000 Leute, Wahnsinn einfach. Das ist nicht in Worte zu verpassen. Wenn ich dabei war, der hat echt was verpasst. Ja, ich brauche euch gar nichts erzählen, weil ihr wisst schon alle viel mehr als ich. Euch erzählen, ich hätte das wollen. Für wen du Aschel? Für die Veranstaltung. Ah, smart. Der Businessman kommt raus. Für die Veranstalter war ich. Ja, das geht weiter. Das laden. Einmal links, einmal rechts. Dann haben wir Nummer 4. Das ist gerade am Film. Was anderes. So, Nummer 5. Komm her, gehen wir auf die zweite. Das schaffe ich jetzt nicht. Das brauchen wir nicht zu filmen. Nummer 5. Hier. Stell dir vor, ich bin jetzt gesprungen. Ich bin da drüben. Also, das ganze machst du sechsmal. Okay? Komm her. Komm her. Komm her. Was hast du jetzt zu planen? Das war jetzt ein Zirkel für den Dani. Ah. Der einen kommt der Schöderamt. Die beiden kämpfen. Dani kämpft ja gegen Harald Gregorian. Großer Name im Kickboxen. Genau. Der kommt jetzt gleich. Der macht den Zirkel. Ich gehe jetzt nach Hause. Bisschen Hund kuscheln. Stabi. Was essen? Warte mal, warte mal, warte mal. Du gehst nach Hause. Weißt du, ich hab den Laden für mich alleine. Genau. Du hast den Laden für dich alleine. Pass auf, mach keinen Scheiß. Das Fenster ist schon kaputt. Okay, macht's gut. Tschö, tschö, tschö. So, und jetzt sprich mir nach. Du gehst nicht zurück in die große Krabbe. Ich mach die große Krabbe kaputt. Aaaaaah! Du musst es zerreißen. Das ist eine Übungsmaschine zum zerreißen. Gib mir mal Gas, ey. Aaaaaah! Okay, das reicht. Warte mal das mal! Uarte mal! Aaaaaah! 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 Oh, my God! Off aus der Krabbe! Man, Flickler down! Flickler hoch, dai. Es ist kein B seulement, in der Kiboxer! Ich bin so fast, dieses Chip. Mein Ringu rein! King of the castle! King in the castle! King in the castle! We-wa! Wa-wa! Wa-wa-waa! Du verhänzt. Warte, was ich meine. Ich geh jetzt nach Hause bis zum Hund kuscheln. Weißt du, ich hab den Laden für mich alleine? Ich hab keinen Chefs. Junge. Nigger. Briefkasten, Deutschland. Was ist jetzt schon wieder, ey? Mann! Deutschland, Briefkasten, ey. Rehnung, 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 Rehnung. Wir haben mal unseren Jungs. Ah, eine Mitgliedschaft. Mitgliedschaft löschen. Ein paar freies Box. Ach, den kenn ich doch. Geil. Komm, den machen wir mal umsonst. Ich kann mir ja selber eine Mitgliedschaft machen. Eine Minute, 37 Sekunden später. Jetzt wird bissl ertrainiert, ey. Das war geil, ne? Ja, und bei dir? Wie war der Zickel? Wie war der Zickel? Wie war der Zickel? Habt ihr das gehört? Wie war der Zickel? Warum? War geil, ne? Ja, war... Das war geil mit dem Springen und danach... Ja, ja, war geil. War geil. Und danach wieder Airbike. War geil, ey. War geil, ey. Super Training, ey. Super Training. Super Training, ey. Ich glaub nicht, ey. Super Training, ey. Ent��屏に... Emotua are die Zaberge. losers, dr Questeur! Da. Wenn er sichіт... Wir haben beide gebraucht, bis wir die Übung nicht geschafft haben. So lange schlägt er. Jetzt haben wir die Übung geschafft. Jetzt fang ich an mit der Übung. So lange macht ihr das. Okay, let's go! 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 Let's go!